hallo machen den unteren bereich noch ich bin ich bin ich bin ich bin alles ich gucke mal vielleicht ist vielleicht die bockwurst und ich hab jetzt alles selber so haufen zeug dabei was kaum brauchte wo ist denn die kiste die auf gemacht hat das muss mal gucken ob der blaues zeug darum nicht da muss das eigentlich hier bei mir kann ich nicht machen sich die erste aufgemacht oder haben wir auch gemacht da brauchst du nicht rein ist weiterlaufen habe ich ihn das dann noch gemacht und stücke weiter also hier an dem an dem drehkreuz ist eine gewesen sie müsste eigentlich die ob die aufgemacht machen hier noch nicht hier waren wir nicht ich weiß es nicht mehr hier sieht alles gleich hoch ist ja aber irgendwo muss ja auf dem geraden weg hätte ja was hier drinnen und drinnen ist noch das blaues ich wissen ob hier eine blaue kiste bei mir ist nicht nicht so gut dann dann da musst du schon raus leider aus der gruppe dann dann lass doch noch mal eins runter gucken noch nicht noch mal eine sohn die treppe runter hier liegt zum beispiel eine lange die kannst du nehmen hier ist eine darkzone tru ich weiß nicht wer ist dran mit der großen tour hier ist noch eine normale normale hier hinten eine große normale hier ist ein großes großes fabian dran mach auf ne macht ihr weil dani hat noch nicht das ist jetzt aussitzen kann ich auch machen ja dann ja ich habe schon eine aufgemacht hier hinten ist ja egal aber du hast doch eben schon oder eine verpasst also komm her und mach auf das ist ja wie geburtstag ja aber du bist doch einfach an jürgen ja aber ist ok die hier oder die habt ihr ja gerade auch so rucksack 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 immer nur rucksack die spare ich jetzt noch denn sonst in die rollen mit ruhe juhu ein rucksack so gefällt mir das hier tatsächlich nicht immer dieses unterm arsch weggegrabbel hier mit blauen sachen war es das jetzt schon oder geht das jetzt hier noch ein stück weiter ne ich wüsste nicht bestimmt hier noch irgendwo hin aber ich wüsste jetzt ich sehe es gar nicht kann auch sein dass das alles war hier unten erstmal ich denke mal auch dass das alles war die truhe die ist dann sozusagen die belohnung im endeffekt dass du dich hier unten getraut hast mit den ganzen vier typen dafür ist es auch ziemlich genau so da hinten weiter weiß ich nicht da kann man mal gucken vielleicht jetzt ja da hinten noch weiter wo denn geradeaus weiter da kommst du nur wieder hoch ja jetzt gucken wir hier jetzt noch rechts weg 60 und hier kommst du wieder hoch da habt ihr recht ja immer da gleich raus und alle hier jetzt oder wo ist dann ja dann hat sich mir noch ein bisschen umgucken hier das war schon ich denke das geht ja richtig runter auch wie waren wir noch ich muss ja mal gucken ich war hier noch nie ich hoffe das wird jetzt nicht so krass wie verhindert ich hoffe das wird jetzt nicht so krass wie verhindert hier sind auf jeden fall schon gegner am start hier ist auch so ein dicker so ein schutztyp ja aber durch die platzien von hinten posten ist der ja der ist tot ja der dick ist tot ist gut und ich kann hatte irgendwo von der seite scharfschützen sind ja auch noch irgendwann statt weil ich sehe ich dir ich habe ja warte wo bist du alles alles cool und ich bin dann die klasse hat er schmeißt dem sekundentakt daraus hier war die äpfel da jetzt endlich da ist ein großer das noch einer oben machst du denn ja ich bin dabei sehr schön ich komme mal da jetzt ist noch ein sniper ok sehen bei ihr damit das festgesetzt ich weiß mal eine granate hoch zu der schlanker kommt hier ist eine datum ist der also die anderen wo es kommt bisschen stich ich sehe nicht jetzt habe ich und so was zum level aufstieg und nix verborgen hinter euch alter ich muss erstmal kurz pausieren hier ein bisschen runter oder wann ich komme vor sich das im richtigen ich weiß ja du kannst du nicht da oben auf die kiste natürlich man so selbe so wo war die kiste hier geradezu ja warte hier ja hier ist sie auch da stehen wir im post dazu auch tatsächlich ja wenn ihr wollt dann wollten gleich noch mal einer guckt dann immer eine röhre heißt das zeigte ja auch noch alles von und ich würde hier noch mal das war so schön das sieht alles gar nicht so schlecht aus diesmal soll ich ihn holen was schon dabei du passt auf das wieder weiter geht hier danach müsste ich noch ganz kurz in die schleuse ich muss mal ganz kurz mit dem hund runter naja Tito musst du auch mit dem hund runter ja so ein kleines raucherpäuschen wäre eigentlich nicht schlecht was habe ich denn hier ein rucksack den kann ich gleich weghauen dann brauche ich keinen Hubschrauber mehr brauchst du nix ne ne also ich brauche nicht ich hab eigentlich auch nur Pisse ich hab eigentlich auch nur Pisse ich hab jetzt bloß den Rest der hier noch rum lag und gelootet wenn noch ein Platz frei ist dann neb ich mit raus aber wenn da einer was wichtiges hat dann ich hab auch was ich muss ich muss ich bin voll genau erstmals die ja der Hubschrauber kommt sofort ich sehe es habe ich hier nicht wirklich gerade vier Sachen ich will jetzt trotzdem mehr mit raus ob ich den brauche ich eigentlich auch nicht ne wer gibt denn jetzt eigentlich ab wenn dann auch Platz frei ist dann würde ich den scheiß hier ohne ab ja ihr könnt alle machen also ich brauche keinen Platz alle die mach mal gut weil dann würde ich nämlich doch einen Rucksack mit raus fliegen lassen eigentlich wenn ich alles bin ja ja mach mal mach mal ja okay cool ja okay cool ja genau die ganze so wir haben eine Schleuse hier oben ja hier haben wir die hier so hier vorne haben wir da noch ein bisschen beef ne die bekriegen sich da wie immer ja vorne auf der Straße so wie es auch sieht ja aber ich hab jetzt mal die Schleuse markiert ah nee die sind unter uns alles klar ne du läufst genau auf welche Seite ohjaa das erschwert man auch owowowo hippAAAA Das ist eben Ronny überhaupt nie hab sie getrickert sorry guys mach sie blab DA ne der explodiert da hinten moine joo ich lass mir wieder eine vor die linse hier Das gibt's ja gar nicht. Warum bin ich denn jetzt? Das gibt's ja gar nicht. Ich muss eine Granate gewesen sein, die hat mich gerade erwischt. Das ist so meine. Lass die jetzt schnell zu der Schleusen. Das ist auch nicht schlimm. Ich hab da schon geachtet, dass ich die Nachlage habe, sonst hätt ich die überhaupt so aus. Ach, das ist alles, alles cool. Das passt schon. Ja, wie gesagt, also das Loot ist hier auch nicht mehr. Hier hat man den Schnauern? Ne, ne, das ist alles mehr oder weniger so ja schon Krepp, eigentlich. Ja, alles ist überholt. Ich hole hier auch teilweise, also so wie ich jetzt mal geachtet habe, immer nur das gleiche raus. Mh. Dann muss man mal eine Dark Zone weiter, oder nicht? Ja. Weil das ist ja eigentlich keine Herausforderung mehr, was wir hier machen, oder? Wenn wir so viel sind. Wenn wir so viel sind, geht es eigentlich, ja. Wenn wir uns vernünftig organisieren und nicht jedoch... Dann geht es, ja. Richtig. Ja, das machen wir dann nicht mehr automatisch, wenn wir etwas härter angegangen wären, ne? Ja, stimmt. Dann suchst du doch mehr die Deckung. Ja, aber bei den Gegnern kannst du echt halt schon immer noch draufkriegen. Ich bin gleich wieder da, ja. Das hast du. Alles klar, Ronu. Ja, alles klar. Ich werde mal schnell, ähm, die, die, die geborgenen, die geborgenen Scheiße, den Dreckdinger da von der Kiste entfernen, und dann gehe ich rauchen, oder? Das mache ich auch gleich. Das mache ich auch gleich. Das mache ich auch gleich. Das mache ich auch gleich nochmal rauchen, ja. So, einfach, einfach bisschen Platz machen im Süd. Ja, du musst rausgehen, genau. Guten Morgen. Aber morgen, ey. Ich habe noch ein schön ausschlafen, Alter, gell? Oh, hör auf. Oh. Alter, will ich mal nicht hören. Scheiße. Ja, gut, wenn meine Kinder hat, was anders war. Ja, muss man ausschlafen, ein bisschen definieren. Ja. Da habe ich schon ganz gut, dass ich krank bin, und zu Hause bin mit meinem Gips. Ich zocken kann, ne? Oh, ja. Helvetter Parker. Man sieht ja schick aus. Na, das ist schon sehr vorteilig. Welche Farbe hätten wir? Äh, so Bob B. Sprauen, so. Steht da nur Allwetter Parker, oder cooler, oder einfacher, oder? Frecher. Frecher Allwetter Parker. Ne Lieder Wanderjacke habe ich. Und ne Wanderjacke mit, mit Grün. Ja, ja. Juhu. Lasst euch das gesagt sein. Hä? Aber ich ziehe jetzt hier meine allererste Jacke an. Weicher Allwetter Parker. Schönen Weiß. Das sieht ja mal eben aus.